Oh shit, Freunde, willkommen bei Outpacking. Erstmal ganz kurz, Dankeschön nochmal für das heftige Feedback von der letzten Folge. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass die, mittlerweile hat die 12.000, ne? Genau, 12.000 Klicks. 12.000 Klicks einfach macht, ne? Ich hab das zu Tünis gesagt, ich denke mal, wir machen so mit der Folge so 5, 6, weil wir haben nämlich halt keine Hure dabei. Wir haben keine Hure dabei, niemand zeigt Titten oder so, weißt du? Aber krass, haben einfach die Prostituierte mit abgelöst, das ist schon echt sehr, sehr heftig. Aber heute auch ein sehr geiles Thema. Was heißt sehr geil? Das ist ein bisschen mehr deep sogar eigentlich, jetzt nicht so ein lustiges Thema eigentlich eher. Tünis, worum geht's heute? Puh, also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich glaube, heute das ist das sensibelste Thema, was man ansprechen kann in der heutigen Zeit. Wir haben einen ganz besonderen Gast und es geht sich heute darum, Pädophile zu jagen. Und wir haben sozusagen einen richtigen Pädohunter eingeladen. Warum ich richtig sage, wird er uns bestimmt später noch erklären, warum andere eher falsch sind und eher der Richtige für den Job ist. Und ich würde sagen, willst du dich nicht mal vorstellen? Ich steh mich vor. Also ich bin Wolf, ich bin Pädohunter aus Krefeld und ich verfolge schon seit einem Jahr Pädophile im Netz. Ja. Boah ey, echt, das ist krass. Also ich kann mal ganz kurz eine Geschichte von mir zu früh erzählen. Ich hatte damals, damals, also ich würde das heutzutage nicht mehr machen, da hatte ich mal eine Idee gehabt mäßig, so Pädophile irgendwo hinzulocken. Damals war das. Und dir dann halt abzuziehen mäßig, weißt du? Da habe ich gedacht, ey, ich muss irgendwie, das war damals, wo ich so ein bisschen Geldnotate. Da habe ich gedacht, ey, wen kann ich abziehen, wen kann ich abziehen und sowas. Da habe ich gedacht, ey, Pädophilie, die kann ich ohne schlechten Gewissen abziehen. Die kann ich einfach ausrauben, das ist krass. Weißt du? Das war damals eine Idee, ich würde generell heute da gar nichts mehr machen, so. Und ja, ich hatte das schon so ein bisschen versucht, war aber sehr, sehr schwer und ich hatte schon dabei, wo ich das gemacht habe mäßig. Ich hatte mir dann damals ein Bild genau mäßig und ich hatte dabei aber schon so ein schlechtes Gewissen gehabt, so mäßig, schon so diese Sachen zu schreiben, da ich sofort einfach nach zehn Minuten schon Abbruch gemacht habe. Ich dachte, ey, ich kann das nicht machen, so mäßig. Schon allein diese Einleitung dahin, dieser ganze Weg dahin. Ja, aber die sind nicht dumm, das ist das Schlimme. Die sind echt nicht dumm. Die merken auch schnell, ob du die verarschst oder nicht, ne? Weil die wollen immer Sprachnerrichten haben. Die wollen sich vergewissern, bist du echt? Deswegen musst du immer gucken, dass du das irgendwie so hinkriegst, dass das halt echt rüberkommt, ne? Die rufen mit Video an. Video. Dann musst du sagen, ja, meine Mutter ist grad neben mir. Geht nicht. Oder meine Cam ist kaputt. Mhm. Dann musst du die hinhalten. Bist du das hast von denen, so, weißt du, wie ich meine? Du musst das von denen kriegen, so, dass, ähm, dass du die hast. Ja. Dass sie glauben einfach alles. Ja, genau. Es bringt nichts, also ich zeig dir auch alle immer an. Also es bringt nichts, wenn du jetzt, sag ich mal, wenn ich einen Chat-Verlauf habe mit deiner Handynummer, die Handynummer ist aber nicht auf dich registriert, ne? Und ich zeig dich dann an, dann bringt das nichts. Mhm. Das wird fallen gelassen. Aber hab ich dann eine Sprachnachricht und ein privates Foto von dir, dann kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, ne? Mhm. Und deswegen ist das immer ganz wichtig. Und, ähm, ja, anders geht das auch nicht, ne? Und die gehen aber alle darauf ein, am Ende. Der eine, der versucht, dich hinzuhalten, aber am Ende gehen die alle ins Netz. Weil die so notgeil sind. Die sind so notgeil, genau. Das ist Wahnsinn. Und wie geht man allgemein vor? Beziehungsweise, was sind sozusagen die ersten Schritte, so einen Typen in die Finger zu kriegen, sag ich einfach mal? Und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also als erstes machst du ja einfach ein Instagram-Profil. Das ist das Traurige. Eigentlich so haben wir das damals in der Gruppe gemacht, bei Knudels und so, dass wir uns Fake-Profile gemacht haben. Aber du darfst doch kein echtes Kind nehmen, ne? Das ist auch, ähm, wenn du ein echtes Kind nimmst, dann ist es erstens Doppelmoral, dass du ein anderes Kind, also ich kann nicht sein Kind oder dein Kind oder weißt du, wie ich mal nehmen. Und ich denke mir so, ja, Kinder gehören nicht ins Netz, sag ich immer. Aber dann kann ich ja nicht gleichzeitig deine Kinder anbieten. Ich biete das ja quasi an. Ich stelle das ja frei. Und das ist auch, kannst du auch dementsprechend dann nicht später anzeigen. Und, ähm, ich nehme ein Bild von einer erwachsenen Frau, ich mache das mit Photoshop, da gibt es ja diesen Filter Young, kannst du das jung machen. Und dann sieht das aus wie ein Mädchen. Krass. Wie ein Kind, ne? Und das reicht eigentlich schon. Das, damit machst du tausende Accounts. Und du wirst sehen, wenn du jetzt einen Instagram-Account machst oder Facebook, du hast innerhalb von zwei Wochen drei, vier, fünf tausend Anfragen. Ja? Das ist Wahnsinn, ne? Also so viele Anfragen, wie ein Kind kriegt, wird keine hübsche Frau bekommen. Das ist, äh, das ist Wahnsinn. Das ist schon, äh, schockt schon, ne? So im Moment, das so zu machen. Ey, ich habe vorher mal eine Frage an dich, Trinus. Ja. Hast du schon mal irgendwie sowas erlebt, so mich? Hast du irgendwie schon mal so gedacht, hab, ey, äh, das ist ein Pädo oder irgendwie so? Hast du schon mal irgendwie sowas erlebt, so mich in dem Thema schon mal? Boah, gar nicht. Nee? Noch nie irgendwie noch? Nee, nur in den Medien oder so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie an meine Kindheit denke oder so, dass ich da irgendwann mal davon konfrontiert wurde oder so, irgendwie unbewusst, ich kann mich an nichts erinnern. Ich bin auch, glaube ich, noch nie dem Pädophilen begegnet, aber gut, die meisten sagen ja auch nicht, ich bin es, weißt du. Also ich habe echt noch keine Berührungspunkte dazu gehabt, außer halt die Medien allgemein, ne? Da hört man das ja immer wieder. Und, ähm, aber sonst? Ich muss sagen, so ich hatte bis jetzt eigentlich auch noch nicht, aber ich habe schon so ein paar Mal mitbekommen, so von Freunden so mäßig, dass sie schon mal irgendwie sowas erzählt haben. Und, ähm, es ist auf jeden Fall geisteskrank. Meinst du, das ist eine Krankheit irgendwie oder ist das irgendwie von Geburt an oder wie kommt man auf die Idee, dass so ein Gedanke im Kopf, was meinst du, woran liegt das? Ja, das ist, das ist krank. Es ist einfach krank. Absolut. Jeder, der sagt, dass man kann das heilen, das stimmt. Also meiner Meinung nach kann man das nicht heilen. Meiner Meinung nach müsste man die alle erschießen. Hört sich jetzt krass an so. Jeder wird sagen, was ist das denn für einer? Aber man müsste sie erschießen. So, ich sage mal so, du, du, du kannst nicht vergleichen mit einer Drogensucht oder so, ne? Also, sage ich jetzt nicht. Also, wenn du den in die Therapie steckst, der kommt wieder raus. Wer sagt das denn nicht, das Kind deines Nachbarns oder so? Stell dir mal vor, du hast einen Sohn, der ist pädophil und der wohnt in deinem Haus und der geht an das Kind vom Nachbarn dran. So, willst du dir das, weißt du, wie ich meine? Ja, wie kannst du weitergehen? Ja, ich gebe dir da recht. Das geht nicht. Weil der Trieb, ne? Genau, richtig. Oder der Trieb und dieses Bedürfnis ist ja immer vorhanden. Genau. Das ist immer vorhanden. Also, Pädophilie, so nennt sich das, glaube ich, ist auch eine Krankheit. Man kann auch eine Therapie machen und ich glaube, man kann auch Medikamente dagegen nehmen, dass man halt nicht mehr diesen Trieb empfindet. Ich glaube, das ist dann irgendwas mit Hormone oder sowas. Aber am Ende des Tages ist das leider wirklich so, dass diese Krankheit dich ja dazu verdammt, immer wieder diesen Trieb zu haben und immer wieder diesen Gedanken zu haben, weißt du? Es gibt bestimmt Leute, die wirklich jeden Tag dagegen ankämpfen, in den Spiegel gucken, ihr eigenes Spiegelbild nicht ertragen. Ja, aber es gibt Alternativen, die sagen, also es gibt mehrere Pädophile, die bieten Alternativen an. Die sagen, Alternativen zu Sex mit Kindern. Was? Das sind Sexpuppen, das sind Konsum von irgendwelchen Bildern von Facebook oder Instagram. Also deine Bilder, die du da postest, die werden von denen konsumiert, ja. Deswegen finde ich, wie gesagt, also Kinder im Internet... Das ist ja auch schon ein Täter in dem Moment. Ja, genau, ja. Aber das ist ja das Stimme, das ist nicht verboten. Die legen sich am Badestrand hin oder ins Schwimmbad und gucken Kinder an. Das ist Konsum für die. Weißt du, wie ich meine? Alleine, dass du daran denkst, dieses Kind anzufassen, ist schon pädophil für mich. Allein der Gedanke, weißt du? Der Gedanke schon. Da bist du krank schon. Genau, da hast du den Zeitpunkt, wo du sagst, ey, ich finde das geil. So wie wir, wenn wir jetzt sagen, ey, da ist eine Frau, wir gucken die so ein bisschen an so. Ja, genau. Die haben das bei Kindern, ja. Das ist krank, ne? Wenn man nur schon darüber redet, hat man schon so ein ganz mulmiges Gefühl in sich irgendwie. Ist auch so, ist auch so wirklich. Aber wenn du diese, also ich habe diese Menschen ja immer konfrontiert damit, egal ob, ich bin jetzt zu denen nach Hause gefahren. Ich habe diese Menschen, ich habe denen gesagt, hier, das hast du mit meiner Tochter oder mit einem Mädchen geschrieben. Das war ich gewesen. So, entweder sagen die, ja, ich habe ja nur geschrieben. Oder die werden sogar, die sagen, du hast mich gehackt. Du hast mir das, weißt du? Die stellen sich gerne als Opfer dann. Genau. Entweder die sagen, wie gesagt, so, nee, wir haben nur geschrieben. Oder die sagen, so, ich bin dein Opfer gewesen. Du hast mich gehackt und so. Und, also ich würde jetzt nicht... Gehackt und so, haben die auch schon gesagt. Ja, die sagen, ja, du hast uns gehackt, so. Du hast uns gehackt. Was für gehackt, Mann? Wie soll ich deine Stimme hacken? Dein Audio, weißt du? Das Schlimme ist, ich habe tausende Videos auf meinem... Also ich habe auf jeden Fall... Was sind das meistens für Leute? Du bist ja bestimmt schon mal zu irgendjemandem hingefahren, so, wenn ich ja gesagt habe, ey, hier, ich habe so einen Zettel gezählt. Das kann man nicht, Dings. Also der eine sagt, es sind nur Behinderte, aber das stimmt nicht. Sind das ältere Leute meistens oder ist das einfach alles durch? Alles durch, alles durch, ja. Egal, ob der eine Arbeit bei der Feuerwehr, ja, weißt du ehrlich, der eine ist bei Vorsitzender bei der Partei FDP gewesen, der eine ist Radiosprecher bei Düsseldorf, Eishockey. Das ist das Schlimme. Der eine sagt, es machen nur Deutsche, aber das stimmt auch nicht. Ich habe ein Handy zu Hause, das sind tausende... Wenn ich gleich nach Hause komme wieder, siehst du die ganzen Typen, wie die wieder angerufen haben, per Videochat, ja. Die können kein Deutsch. Also ich sage mal, das sind jede Ländersgruppen, jede Religion. Alles. Alles. Okay. Nicht nur Christen, nicht nur, weißt du, wie ich meine, so, dass... Wer mir sagt, ja, das sind nur Christen oder das sind nur Deutsche, Alter, den kann ich das Bessere mehr lernen. Der kann gerne mit mir nach Hause kommen, weißt du? Ja. Man kann es nicht pauschalisieren. Leider nicht, leider nicht. Ich denke, wir werden ein paar Sachen auch hier einblenden, ne, im Video. Und ein paar Sachen... Ja, diesmal müssen wir das machen. Ein paar Sachen werden uns auch nochmal im Nachhinein gezeigt, je nachdem, wie... Wir müssen ja auch vorsichtig sein diesbezüglich, ne, damit wir halt auch wissen, dass alles der Wahrheit entspricht, so. Ich glaube das jetzt schon, aber wir kontrollieren es auf jeden Fall auch nochmal für die Leute da draußen. Und welche Frage mich interessieren würde, man hört immer nur von Männern. Ja, aber das stimmt nicht. Das sind auch viele Frauen. Das sind Männer und Frauen, die auch ihre Kinder zum Sex anbieten im Internet, ne. Also auch Pärchen. Also ich habe das sehr oft mitbekommen, auch von anderen Leuten, mit denen ich in Kontakt stehe. Es bin ja nicht nur ich, ne. Wir kennen uns ja alle untereinander, die das machen, so Prävention und Pädohunting, etc. Das sind sehr, sehr viele. Auch im Darknet. Das Darknet ist voll damit. Also es gibt Rotlichtplattformen für Kinder. Es gibt Datenbänke, wo du Bilder kaufen kannst aus dem Supermarkt, aus dem Badestrand für 10 Cent, 20 Cent, ja. Deswegen, diese ganzen Influencer, die fördern Pädophile. So, die nehmen ihre Kinder auf, wie die halbnackt im Arm liegen, die Schwangerschaftsgeburten. Fast nicht alles. Das ist nackt, Alter. Dein Kind kann nicht entscheiden, ob du dein Kind nackt zeigst. Du zeigst dein Kind mit nicht mal einem Jahr nackt in der Badewanne, Alter. Weißt du, was ich meine? Und die Pädophile, Alter, die sind so, dass sie meistens immer Jüngere haben wollen. Nicht mit zwölf, nicht mit, die wollen mit sechs, fünf, sieben. Weißt du, was ich meine? Ist das auch so ein Reiz, meinst du, dass die sich immer steigern, so? Ja, natürlich, ja. Ich habe letztes Mal zu einem gesagt, ich bin 14 oder 13, der ist mir zu alt. Was? Ciao, weißt du? Heftig, ne? Was? Ja, deswegen, also, deswegen so, diese Leute, die ihre Kinder im Internet, das ist anbietend für mich, ja? Du bietest dein Kind im Internet an. Der eine zieht das runter, schmeißt das in seine Pädophil, was weiß ich, WhatsApp-Gruppen, was weiß ich, was die haben. Auf jeden Fall sind die alle in Kontakt, weil, wenn ich einen Account mache, die ganzen Pädophilen warnen sich auch untereinander, dass ich diesen Account betreibe und dass die mir nicht ins Netz gehen sollen, ne? Das ist halt auch eine riesige Community, wenn man das so betrachtet, ne? Und die sind halt auch ein Netzwerk, ne? Und die schützen sich gegenseitig. Ja, natürlich. Denke ich mal, ne? Bruder, es gab mal ein Handbuch mäßig, wo drin stand, was du legal im Internet kaufen konntest, damals, wo drin stand, wie du Schritt für Schritt ein Kind locken kannst und vergewaltigen kannst. Das gab es mal, das konntest du mal, hast du auch mitbekommen, das konntest du einfach mal kaufen. Und der Carsten Stahl, der hat dafür gesorgt, dass dieses Handbuch verboten wird. Verboten wurde, ja. Das ist schon... Ja, der Carsten Stahl setze ich auch sehr, also sehr krass dafür ein, ne? Also nicht nur für Kinderschutz, sondern auch für Stopp Mobbing und ganzen anderen Dingen, ne? Ja, ja, ja. Also der macht es auf jeden Fall auch vernünftig, ne? Der macht es echt schon sehr, sehr krass. Man merkt das auch, wenn der redet, irgendwie so, dass er da richtig Feuer und Flamme für ist, dass er da richtig, richtig stoppen will und so. Bruder, ich glaube, sowas gab es, glaube ich, noch nie, irgendwie, dass irgendjemand geschafft hat, ein Gesetz dagegen zu machen, weißt du? Und der ist ja nicht immer irgendwie Politiker oder sowas, weißt du? Ja, aber es gibt jetzt auch hier diesen Aurelio, kennt ihr den Aurelio? Ne. Und Robert, das sind auch zwei bekanntere Leute, die sich auch dafür einsetzen. Die haben jetzt eine Kinderschutz-Demo in Köln gemacht und eine Kinderschutz-Demo in Berlin machen die jetzt. Das sind auch Leute, die sich auch dafür einsetzen, ne? Also, die schon krass bekannt sind, vor allen Dingen in Instagram-mäßig, ne? Krass bekannt, ne? Und wie ist deine Meinung zu Nico Hain? Ja, also, meine Meinung zu Nick Hain ist, also, ich finde, der ist nicht authentisch, was der macht. Das, was der macht, ist alles nur Geld betrieben mit Mörsch und das ist alles nur kommerziell, weil, also, ich persönlich so, ich kann alles, das, was ich erzähle, kann ich beweisen anhand meiner Anzeigen, anhand meiner Chats, anhand meiner ... Ich habe zu Hause Datenbänke von jeden Pädophilen, den ich in den Mund nehme, ja? Und das, was der Nick Hain betreibt, ist für mich weder Prävention, noch Kinderschutz, noch irgendwas anderes. Weil das, was ich mache, ich verhindere Straftaten, indem ich mich preis, also, als Opfer oder als vermeintliches Kind dahinstelle und diesen Pädoy erst mal rausnehme und zur Polizei bringe. Natürlich habe ich den einen oder anderen auch schon besucht und ich habe auch schon in seiner Nachbarschaft gewarnt vor ihm, so, das ist Schutz. Oh mein Gott. So, weißt du, wie ich meine? Das ist Schutz. Ich habe die Nachbarn informiert, das sind, kann ich dir auch später alles zeigen. Geht jetzt so ein Nachbar da drauf, wer denn so auf einmal sagt, ey, dein Nachbar ist Ja, die Nachbarn sind erst mal geschockt, die sehen erst mal so einen tätowierten Typen in ihrer Wohnsiedlung rumlaufen und denken sich, Alter, was macht der hier? So, will der hier einbrechen heute Abend so, weißt du? Aber dann, wenn ich auf die zugehe und denen sage, so, hier, der Herr so und so, ich habe ja alles immer auf Blättern oder auf Handy gehabt, ich habe denen das dann gezeigt, Audiosprachnachrichten, nackte Schwänze von den Nachbarn, weißt du, ich habe das alles gezeigt, so, ich habe nichts verdeckt oder so und ja, die Nachbarn, die sind immer schockiert, sehr schockiert, sehr schockiert, weil die sagen das so wie du, ich habe noch nie einen Pädophilen gesehen, aber dabei ist der Nachbar über den oder unter den Pädophilen, ne? Und ja, es gibt auch viele, die gesagt haben, wir wollen das nicht wissen, gehe weg, ja, aber andere haben auch die Polizei angerufen und ich wurde auch schon das ein oder andere Mal von der Polizei angetroffen und zu irgendwelchen Sachen, äh, ja, beschuldigt. Ja. Ja, und ähm, ja, aber das Schlimme ist auch mit diesem Gesetz heutzutage, du musst, ja, du musst mit Gegenwind rechnen, ja? Also du kannst nicht in diesen Feuer, das ist ein Feuer, das ist ein kriminelles Netzwerk, ja, so, Pädokriminelle, das ist kriminell so, ne? Ja, das, was die da machen, das, die sind... Ich glaube, das ist die schlimmste Straftat, die es auf der ganzen Welt gegangen ist. So wie wir Gamer in der Community hängen, so, wir tauschen unsere Items aus im Game und brüsten uns mit unseren Gear, wir brüsten uns mit unseren Werten, ja, ist so. So wie wir im Discord über, über, über unsere Chars reden, ja, reden die über Kinderfotos. Ja, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Du bist hetero, ne, nehme ich an, ne? Ja, ja. Ja, so, weißt du, wie ich meine? So, wir sind hetero, guck mal, wir sind hetero. Dieses Vorsicht, die... Nein, so, wir sind hetero und wir sagen so, guck mal, der Arsch, guck mal, die Frau, ne? So, das ist für uns normal, ne? Ja, ja. So ist für Schwule normal, sich einen Mann auf den Mund zu küssen und so ist es für die normal, was mit Kindern zu machen. Jetzt habe ich Paranoia, dass man mich für schwul hält. Nein, nein, so war das nicht gemeint, aber das war jetzt einfach so im Gespräch heraus, so, weißt du, ich wollte jetzt einfach diese Frage beantwortet haben. Ja, wir müssen das Thema ja auch mal ein bisschen lockern, ne? Ja. Das haben wir jetzt auf jeden Fall geschafft, also. So, deswegen, also, also, deswegen sag ich so, das ist echt verrückt, ja? Das ist, äh, das ist geistig, wenn man darüber nachdenkt, so, weißt du, das ist schon, boah, Gänsehaut, wirklich. Das ist schon, äh, boah. Wie viele hast du schon ungefähr so aufgedeckt, wo du die erwischt hast oder wo du zu mir hingefahren bist, so? Also, ich habe auf jeden Fall so 146 Anzeigen gemacht. Boah. Die habe ich auch alle auf dem USB-Stick. Ist dein Briefkasten nicht voll jeden Tag? Du kriegst ja jedes Mal davon. Ja, so jede Woche so. Das ist jetzt der Aktuellste. Das ist jetzt hier so eine Zeugenvernehmung, ja? Hier steht jetzt hier mein Name, hier sein Name. Das ist jetzt der Mittwoch, der 20. April gewesen. Mhm. So, ich bekomme die Woche davon fünf bis sieben Stück, ja? Boah. Also, die Postbotin denkt bestimmt so, ich bin voll der kriminelle Bastard. Die denkt sich so, guck mal, ich muss denn immer so ein Fächer Bullenbriefe reinschmeißen. Aber dabei weiß ich ja, dass es nicht schlimm ist. Aber das Problem ist auch, genau wie mit dem Handy, was ich eben erzählt habe. Stell dir mal vor, du kommst ins Kinderzimmer bei deiner Tochter und siehst, dass deine Tochter, deine wirkliche Tochter, sieben Jahre alt, mit einem Mann schreibt. Und du siehst ja irgendwelche Videos, wie der sich einen wichst. Oder wie der deine Tochter dazu animiert, ihm Bilder in verschiedenen Posen zu schicken, ja? Weil die denken ja, du bist ein Kind. Die denken ja, du bist dumm. Oder du weißt es nicht. Und die sagen dann, äh, schick mir dann eine Pornodatei von einem Kind oder vom Kamasutra-Buch und sagen, kannst du mir mal so ein Foto schicken, ja? Mhm. Das ist aber pornografisches Material, das ist verboten, ne? Und wenn du jetzt als Vater oder ich als Pädohunter mit diesem Schriftstück oder mit diesen Verläufen zur Polizei gehen, kriegst du erstmal eine Anzeige wegen Besitz von Kinderpornografie. Und deswegen steht hier, deswegen steht jetzt hier in diesem Beschluss drinnen, wegen Verdachtsbesitz kinderpornografischen Schriften. Also das heißt, die mussten mich über Amts wegen anzeigen und, ähm. Weil du das Ding gegeben hast und weil du das so... Ja, genau, genau, genau. Ich wusste zwar, dass die mich anzeigen. Der hat mir gesagt, hör mal, ich muss dich jetzt anzeigen, sonst bekomme ich Stress, ne? Ja, hab ich gesagt, ist okay. Und dann haben die hier, äh, meine Wohnungsdurchsuchung, war am 14.04. um 20, am 22. um 7 Uhr bis 7.10 Uhr, hier ist das, ne? Mhm. Das hab ich eben gesucht, ja. Stimmt, da unten steht sogar, ja. Deswegen, und da haben die meine Handys sichergestellt und, äh, ja, kamen morgens früh mit drei Bullen in meiner Wohnung rein, ne? So, bis zum Halbschlaf. Aber dann bist du ja voll locker auch, weißt du, ist ja nichts Schlimmes, so weißt du. Ja, natürlich nicht, ich sag ja auch, ich sag, Jungs, kommt rein, wollt ihr einen Kaffee trinken, so, hier könnt ihr, was wollt ihr haben, so, machen wir es kurz. Fühl nicht in meinen Schubladen rum, ich geb euch alles, was ihr braucht. Aber es ist doch schon krass, dass du dich, ähm, für Sachen einsetzt, du opferst dein Geld, du opferst deine Zeit, äh, und kriegst so einen Gegenwind, dass jemand zu dir in deine private Wohnung kommt und du musst dir dann deine Schränke rumwühlen lassen, obwohl du quasi der, der Polizei ihre Arbeit erleichterst, die müssen jetzt nur noch die halbe Strecke fahren, du hast schon die halbe Strecke gegeben und sagst, hier, mach mal. Und, äh, das ist eigentlich denen ihre Arbeit, ja? Ey, ich find eigentlich, das hört sich jetzt komisch an. Hört sich jetzt richtig komisch an. Also, ich find eigentlich so, wie es Ordnungsamt gibt, Polizei gibt und sowas, sollte vielleicht noch so eine Kategorie Pädohunters geben. Weißt du, was ich meine? Jetzt ist es bestimmt nicht Pädohunters. Extra irgendwas, was neben Polizei noch darauf fokussiert ist, jeden Tag täglich das, äh, wie ein Job abzuarbeiten. Der Sache nachzugehen, ja. So Leute zu suchen und sowas. Ich find, sowas müsste es eigentlich echt geben. Ich glaub nicht, dass irgendwelche Polizisten da irgendwo im Büro sitzen und sowas am Suchen sind. Das ist doch meistens eigentlich nur... Aber das Schlimme ist, du siehst ja auch hier, das ist immer nur Kriminalpolizei. Das ist immer, äh, KK11, die sind für Sexualdelikte. Wenn du jetzt zur normalen Hauptwache gehst, hier so eine Stadtwache und du sagst mit Sexualsachen, die wissen nicht mal, was Paragraf so und so und so und so ist. Ja. Die wissen das gar nicht. Mhm. Die sagen, ja, machen Sie eine Anzeige, wir kümmern uns da drum, ja. Aber wenn ich jetzt da anrufe und sage, ähm, ich hab jetzt den Mönchengladbach Hauptbahnhof auf Gleis 3 gleich ein Treffen mit einem Pädophilen, da soll angeblich ein vermeintliches Kind hinkommen, ja, würden die nicht da hinfahren. Bruder, Wahnsinn, das ist schon krass. Obwohl du den Tipp bekommst, weißt du, ja, genau. Dann sind da sofort fünf Leute. Ich hab jetzt bis jetzt in einem Jahr, wo ich das mache, hab ich einmal erlebt in Pforzheim, also wir als Gruppe haben das gemacht, da hab ich einmal erlebt, dass, ähm, ein Mädchen hat mit dem Pädoy gesprochen die ganze Zeit und wir haben gehört, der ist im Zug. Mhm. Und ich hab mit der Polizei geredet in Pforzheim. Wir haben dann den Typen zum Pforzheimer Bahnhof kommen lassen und ich hab dann die ganze Zeit bei dem, bei der Polizei angerufen, die haben mich weitergeleitet zur Kriminalpolizei, da haben wir die ganze Zeit E-Mails geschrieben. Ich hab die ganze Zeit E-Mails geschrieben, wann der kommt, wo der grad ist und so. Und die haben sich den gepackt. Da hab ich auch dann einen Brief für bekommen und, ähm, das war auch in der Zeitung gewesen, in der Stadtzeitung, ne, so. Und, ähm, die haben den festgenommen. Aber der hat auch nicht viel bekommen. Zwei Jahre, neun Monate Bewährung, weil er drogensüchtig ist. Und der hat mir Bilder geschickt, ich sag dir wirklich, der hat mir Bilder geschickt von der Couch und gesagt, hier entjungfer ich dich drauf. Der hat mir alles geschickt. Ich koch gleich für dich und bla bla bla. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber das Problem ist, die Deutschen, die sind viel zu sanft damit, ja. In Holland oder in Frankreich würden die dein Auto anzünden, Alter. Würden dich reinschmeißen und du bist tot. Ja. Hier die Deutschen, die sagen, nee, das gibt eine Anzeige. Ich hab Bewährung, kann ich nicht machen. Ja, oder es heißt am Ende sogar, ja, der macht da jetzt eine Therapie, weißt du. Ja, genau. Obwohl der vielleicht schon Sachen gemacht hat. Das ist das Problem. Die Deutschen, oder die wollen da gar nichts von wissen, solange es nicht das eigene Kind betrifft. Weißt du, wie ich meine? Und das ist das Schlimme hier, so der Bulle, wo ich bin, der ist 56 und der ist auch richtig cool, ne. Normalerweise, ich hasse Polizei, so. Ich hab Fuck-Kops auf meinen Fingern stehen, ne. Ich hab 13, so ehrlich so, die wissen das auch. Ich hab 13, 12 tätowiert, alles so. Die wissen, ich hasse Bullen. Bullen sind für mich Staatshuren, weißt du. Ja. Ist so. Wir sind wie Anwälte. Du bezahlst denen und du sagst, sag das für mich, der macht das, ja. Aber musst du dir auch geben, ne. Natürlich musst du dir auch geben. Ja, ja, nochmal. Kann ja nicht jeder mögen, weißt du. Aber ich sag mal so, leider Gott, machen die ihre Arbeit scheiße, ja. Aber das sind nicht mal die Bullen selber so. Das ist der Staatsanwaltschaft und der Richter. So, wenn der Staatsanwaltschaft nicht sagt, geh da rein, dann gehen die auch nicht da rein. Die müssen immer fragen, kriegen wir einen Beschluss dafür. Ja, die Bürokratie macht auch vieles kaputt, wenn man das so hört, ja. Und deswegen werden die ganzen Pedos erst sechs Monate später besucht und können bis dahin alles löschen. Ja. Weißt du? Und das Problem ist, wenn ich die dann auch noch besuchen gehe, sind die auch vorgewandt. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Also wie gesagt, ich finde echt, da muss es irgendwie so was zwischen Ort und Polizei noch mal so was geben, weißt du? Was extra dafür so abgestimmt ist. Muss jetzt nicht riesengroß sein, aber irgendwo in jedem Bundesland ein so ein Sitz, weißt du, was ich meine? In jedem Bundesland ein so ein kleiner Sitz, so mästig ist, glaube ich, jetzt nicht auch nicht so extrem teuer, diese Leute dazu bezahlen, die da wirklich richtig jeden Tag 24 Stunden dahinter hängen und sowas machen, weißt du? Ja. Wie werden die sonst aufgelegt? Ist ja gar nicht möglich. Das ist nur zufallmäßig. Wenn du jetzt merkst, der Kindergärtner ist pädophil, deine Tochter kommt nach Hause und erzählt, dass sie immer irgendwie komisch angefasst wird oder so, das ist ja das Traurige. Ja, das ist der Zufall. Aber dann ist es schon zu spät, Mann. Ja. Dein Kind ist geschädigt für das ganze Leben, so, ne? Und so meine ich das auch. Und so mit dieser Arbeit verhinderst du ein Stück. Weil ich stelle mal vor, so, der denkt jetzt, ich bin ein Kind. Ich stelle mal vor, das Kind wird wirklich seinen Schwanz sehen, wie der wichst. So, das habe ich nur ich gesehen. Und ich denke mir, ich habe mittlerweile mehr Schwänze gesehen, wie jede Hure. Ja, ehrlich, ich sage dir wirklich, Mann. Ich habe in diesem Jahr verfickt normal mehr Schwänze erlebt, wie jede Hure, Mann. Ja. Und ich denke mir so, alter Mann, ekelhaft, ja? Ja, das glaube ich dir. Und du hast eine super Trefferquote, ne? Also du machst das jetzt ein Jahr lang und hast 146 Anzeigen gestellt, ne? Also, das ist ja im Durchschnitt jeden zweiten Tag, machst du einen Schnapp, ne? Wenn man das so betrachtet. Aber das ist noch wenig. Wenn ich sehe, so bei meinem Facebook oder so, ich habe 300 Anfragen. Die kannst du nicht beantworten. Du schreibst dem ersten High, dem siebten High und dann geht das immer weiter. Du bist es da, weiß ich nicht. Wahnsinn. Non-stop dran sitzen. Krass, wie viele das schreiben. Das ist echt krass. Siehst du, weil vieles einfach davon gibt. Ja. Und die sind richtig ekelhaft. Wie gesagt, ich zeige dir nachher Verläufe auf Fotos von diesen Männern. Videos und Audios. Da denkst du dir so, ein bisschen will ich da hinfahren, den aufschlitzen. Und den an die Laterne hängen, seinen Kopf. Damit jeder sieht so in der ganzen Siedlung so, guck mal, was mit diesen Menschen passiert, ne? Aber das Schlimme ist, diese Pedos, die nehmen sich ein Recht raus. Die haben meine Adresse zum Beispiel, haben die meine Adresse gepostet, öffentlich. Ja. Aber ich finde das nicht krass. Ich finde das, denk ich mir, okay, hast du, cool. Komm doch zu mir, denk ich mir. Komm doch zu mir. Wenn du so, ich denk mir so, wenn du ein Mann bist, komm doch zu mir nach Hause. Ich geb meine Adresse jedem. Ihr könnt mich gerne kontaktieren in Instagram. Ich treffe mich mit euch. Warum? Aber fickt meinen Kopf doch nicht mit WLAN-Geschichten, Datenvolumen, Alter. Sei doch keine Internetschlampe, die mir schreibt, so, ich fick dich, ich töte dich, blablabla. Das ist Zeitverschwendung für mich. Ich mach rot heraus, dann ist deine Luft aus. So, weißt du? Ja, ja. So denk ich mir so, komm zu mir nach Hause, wenn du mir wirklich gefährlich werden willst, dann musst du vor meiner Tür stehen. Stand mal jemand vor deiner Tür? Leider nein. Ja, mies. Leider nicht, ehrlich. Ich hab echt immer. Bruder, das Ding ist, in dem Moment als Pädophil, du hast ja dann keinen richtigen, das ist ja meistens immer, wenn du irgendjemanden boxen willst oder du hast irgendwo hassemäßig, dann hast du ja irgendwo einen Grund, weißt du? Ja. Du hast irgendwo etwas, was standhaft ist, wofür du stehst, wofür du kämpfst, weißt du? Wofür sollen die sich boxen? Wofür sollen die ihn jetzt zum Beispiel? Nicht nur das. Die haben ja gar keinen, diesen Hintergedanken, ey, das ist schon mal so, weißt du? Ich hab so, ich hab öfters, oder wir haben öfters als Gruppe, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben die, wir haben die offenbart, Alter. Wir haben bei deiner Arbeit angerufen, wir haben dir gesagt, dass du Pädophil bist. Oh mein Gott. Schatz zu deinem Arbeitgeber geschickt. Geil. So, weißt du, was ich meine? Geil. So, was für keinen Hass. So, wenn mir jemand, mein, also meine, sag ich mal, meine kriminelle Bahn kaputt macht, oder meinen Trieb kaputt macht, den würde ich ausrotten, so, weißt du, wie ich meine? Das ist ja wie in anderen Businessen, ein 31er. Und so ist das ja auch für die so. Du kommst, Alter, machst, du sabbatierst den ihr Trieb. So, du hast, du hast seiner, seiner Frau Bescheid gesagt, seiner Nachbarschaft, seinem Arbeitgeber, sein alles, Alter. Natürlich haben die einen Hass auf mich so, gar keine Frage so. Hass, ja, aber weißt du, warum die nichts machen? Weil die schuld sind. Ja, weißt du, genau, das sind ja schuld, dass sie nichts machen. Du hast ja nichts zu befürchten, du hast ja vom reinen Herzen, hast du gemacht, weißt du. Und nicht nur das, dass sie nichts machen, ist nochmal ein Schuldeingeständnis. Ja, aber die machen, das Stimme ist, die machen von hinten rum. Ja, ja, ja. Ich scheiße, dann ruf das, wo nicht die nächste Summe. Irgendwas mit Datenvolumen und so. Ja, aber trotzdem, eh klappt so. Wir hatten Frauen in unserem Team gehabt, ne? Wir hatten wirkliche Frauen in unserem Team, die haben auch besucht und so. Und diese Pedos sind hingegangen, haben die Adressen von den Frauen öffentlich gepostet, Mann. Das ist eine Mutter mit Kind, die hat, verstehst du, was ich meine? Und das ist doch, das ist doch dreckig, Alter. So, dann kommst du mir nach Hause, Alter, und weiß nicht, ich hau mir aufs Auge. Mir ist das egal, so. Aber das ist das, was ich meine, so. Diese ganzen Leute im Internet, die sind viel schlimmer als die Leute, die zu dir kommen und dir einen ins Gesicht hauen. Du weißt, der haut dir in die Fresse, du gehst, anderer Tag ist wieder weg, ne? Aber diese ganze Internetscheiße, das macht, das ist Psychoterror, Alter. Deine Adresse wird gepostet von irgendwelchen anonymen Leuten. Das ist ja das Schlimme, so. Zeig dir dein Gesicht, komm zu mir und dann, ne? Alles easy, aber diese ganze Scheiße, Alter, hört da nicht auf, Mann. Dann kommt Fake-Account hier, Fake-Account da, Fake-Account da. Schickt die Bilder von dir zu. Ja, cool, hast du jetzt mein Foto, was ist los? Das ist dein Instagram-Account. Ja, das ist mein Instagram-Account. Ja, was willst du mir jetzt damit sagen? So, das ist das Schlimme. Natürlich, die haben so einen Hass gegen dich, dass die versuchen, alles gegen dich zu machen. Die haben der Polizei Sachen geschickt, dass wir angeblich oder ich angeblich gegen Datenschutz verstoßen haben. Weswegen genau? Ja, weil man die ja offenbart hat. Man darf ja nicht irgendwo, weißt du, wie ich meine? Ja, also weil du das Bild öffentlich gezeigt hast. Ja, genau. Du hast gesagt, hey, Leute, der ist pädophil, seid vorsichtig. Und weil das Gesicht erschienen ist, ist das eine Datenschutz. Das ist ja das Problem. Die sind eigentlich Täter, aber gehen dann wieder in die Opferrolle rein und sagen, du bist Pädohunter, du hast mich exposed. Ja, weißt du. Du hast mich exposed, Mann. Und dann soll der Staat dabei helfen, weißt du? Genau, dann soll der Staat helfen. Das ist ja das, was ich meine. Das ist krank, Mann. Und dann kriegst du so eine Anzeige, wo hier draufsteht, guck mal, da steht dann, Tatvorwurf, Straftat nach Kunsturheberschutzgesetz. Also es ist dasselbe, Alter, als hättest du dein Kunstwerk geklaut, Alter, und du zeigst mich an, siehst du? Haben die eingestellt gegen mich. Natürlich wird es eingestellt, so, weißt du? Ich könnte mit deinem Bild, am liebsten, wenn es nach mir gehen würde, ich würde mit deinem Bild, wenn du pädophil bist, die ganze Stadt bekleistern. Aber dann rufen irgendwelche Leute die Polizei an und sagen, guck mal, was die hier machen. Was dir auch schon in der Praxis passiert ist, ne? Was mir auch schon passiert ist, ja. Das ist krass. Was war so die verrückteste Reaktion von jemandem, wo du den so mäßig aufgedeckt hast? Hat er irgendwie mal angefangen zu weinen oder so? Hat er gesagt, ich war das nicht oder war meine Schwester? Ja, also so, entweder werden die aggressiv, ne? Ist einfach so. Ach, aggressiv sogar, ne? Entweder werden die aggressiv und schreien rum und sagen, wir rufen die Polizei, verpisst euch hier. Natürlich, du fühlst dich ertappt, ne? So, wenn ich jetzt, sag ich mal, du fühlst dich hier sicher, du bist jetzt hier drin, bist am, weiß ich nicht, am Zocken, am Essen oder gerade in der Badewanne oder wichst vermutlich gerade noch. Wenn dann jemand klingelt und du denkst dir, wer ist das denn, Alter? Du hast mein Foto, du hast meine Adresse, wer bist du? Und wenn du dir dann zeigst, was in deinem Chatverlauf abgeht, ja, wie würdest du dich fühlen? Entweder würdest du sagen, nee, das war ich nicht oder du wirst aggressiv werden, ne? Es gab auch noch jüdische Typen, die haben mich in die Wohnung gerufen, so. Ach, in die Wohnung reingerufen? Ja, die haben gesagt, komm rein. Und dann? Ja, dann habe ich mit denen gequatscht. Was sagt der so, wie hat der sich das so gerechtfertigt? Ja, was willst du hier? Wie, was will ich hier? Das Schlimme ist, es gab auch wirklich Typen dabei, die waren geistig behindert, ja? Aber für mich ist es keine Entschuldigung. Wenn du fünf Promille hast oder drei Promille hast und du vergehst dich an ein Kind, ist mir scheißegal, bist trotzdem ein Bastard, weißt du? Und der Typ war behindert. Und dann sagen die Leute, wie kannst du so einen besuchen oder wie kannst du so einen exposen? Was, wie kann ich so einen exposen? Spätestens, wenn er sich an dein Kind vergeht, dann weißt du wieso. Warum muss ich erst so denken über einen Pädophilen, wenn er mein eigenes Kind angreift oder weißt du, wie ich meine? Warum soll ich nicht für dein Kind einstehen, weil das nächste könnte meins sein? So, das ist das Schlimme und so denken die Menschen einfach nicht. Wir wollen davon nichts wissen, so. Dabei kommt jedes Kind unschuldig auf die Welt. Ja, genau. Und jeder Mensch auf dieser Welt weiß das einfach so. Ja, und jeder Mensch war ein Kind gewesen, so. Und du zerstörst einfach ein Leben komplett. Ja, klar. Ein Kind wird sich nie wieder davon erholen. Deswegen, ja. Es wird sich immer denken, da war irgendwas komisch oder sonst was. Ja, und deswegen sage ich so, das ist für mich das Dreckigste, was es gibt. Und die Typen, Alter, die, weiß ich nicht, dann sitzen die da und sagen, ja, ich habe da nur mit dem geschrieben, ich habe da gar nichts gemacht. Weißt du, so richtig ranzige Typen. Hat es mal einen gehabt, der gesagt hat, ey, sorry und sowas, scheiße, ich bin krank, irgendwie sowas. Ja, gab es auch schon. Dann habe ich denen gesagt, du hast eine Woche Zeit, die Hilfe zu suchen. Dann habe ich eine Anzeige bekommen, weil ich den bedroht habe oder so ein Ultimatum gesetzt habe, oder? Ja, genau. Echt jetzt? Ja. Dann habe ich eine Anzeige bekommen, ich hätte den unter Druck gesetzt. Ich habe denen nur gesagt, hör mal, du hast eine Woche Zeit, dir was Hilfemäßiges zu suchen, ansonsten mache ich dich öffentlich. Und das ist sogar noch richtig korrekt, ne? Das Schlimme ist, ich war mal bei so einem Russen in Köln gewesen, Alter, Köln-Ehrenfeld, richtig kaputte Gegend, Hochhäuser, Blöcks, alles, Alter. Ich habe jedem Bescheid gesagt, dass er pädophil ist. Jeden, jeden, jeden. Und dann war da so eine Russenmutter, sagt die zu mir, komm rein. Da denke ich mir, okay, sind wir reingegangen, ne? Und anschließend, die waren richtig korrekt, muss ich sagen, die waren beide einsichtig, die waren korrekt, ne, so. Da habe ich gedacht, okay, der meldet sich. Der hat meine Handy-Nummer bekommen, der sollte sich am anderen Tag melden, wenn er beim Psychologen ist. Der meinte, der wäre schon in Behandlung, ne? Dann hat der mich angezeigt, Mann. Nein. Wegen Hausfriedensbruch, sagt er so. Ich wäre in seiner Wohnung gekommen. Gott sei Dank hatte ich aber noch einen Videobeweis, was ich dann erbracht habe, wo ersichtlich ist, dass die Mutti sagt, komm mir in die Wohnung rein. Ansonsten wäre ich im Arsch gewesen, Alter. Wer glaubt das denn nicht? Ja, ja, stimmt. Aber die Sachen werden in der Regel immer fallen gelassen gegen dich. Also du hast jetzt keine Probleme deshalb gemacht. Ja, einmal habe ich eine Gefährdeansprache bekommen, das ist auch krank. In Geldern. In Geldern hat die mir eine Gefährdeansprache, die hat selber gelacht, die sagt so, die muss das machen wegen, ja, wegen rechtlichen Wegen, ne? Die wollen das auch nicht, die Bullen. Was ist das genau, Gefährdeansprache? Hast du die mal bedroht einfach oder was? Nee, du, wenn du Leute sowas machst wie ich oder wie wir gemacht haben in der Gruppe, dann sagen die, du bist Mitglied oder Kopf einer organisierten kriminellen Bande. Ah, okay. Von Datenschutz, ja, du leagst ja Leute. Ja, ja. Du expost die, du, weißt du, wie ich meine? Und darum geht es dir einfach, du bist einfach ein Gefährder, Alter, wie jetzt irgendein Nazi oder irgendein Terrorist. Das ist krass. Und das ist ja das Stimme, ja. Jemand, der einen Anschlag plant, ne, hier in Deutschland zum Beispiel, der wird als Gefährder eingestuft. Also der darf den Anschlag natürlich nicht verüben, ne, aber ist der jetzt nur an der Planung beteiligt? Oder macht sich diese Gedanken und recherchiert diesbezüglich, ohne irgendwas zu machen? Ist der Gefährder, offiziell? Ja. Du jagst Pädophile. Genau, deswegen. Aber die müssen das nur machen oder die machen das auch nur, weil die dann sagen, wenn die dich antreffen, die haben dann so zwölf Morde, dreizehn Morde irgendwie, dürfen die dein Auto kontrollieren. Die haben dich auf dem Schirm, die wissen, wenn du nochmal auftauchst bei irgendeiner Aktion, wo du, ne, dann können die dich festnehmen. Oder die sagen, wir haben dich vorher gewarnt, so, mach das nicht mehr. Aber ich sag mal so, der normale Werdegang ist jetzt eigentlich, den ich mittlerweile nur noch mache. Ich mach das mittlerweile alleine, nicht mehr so, wie ich das gemacht habe, weil das Problem ist, das bringt zu viel Streit mit. Auf der einen Seite bin ich bei der Polizei und versuch mit denen das zu managen und auf der anderen Seite geh ich hin, besuch die und schmeiß denen Flyer oder so in den Briefkasten oder der Nachbarschaft. Verstehst du, wie ich meine? Das ist ja auch ein Doppelding so. Ich mach da Gesetzesbruch wegen Datenschutzrecht. Das ist ja das Traurige. Wenn es nach mir gehen würde, ich sag dir ehrlich, ich würde bei, weiß ich nicht, auf dem ersten 18 Uhr Tagesschau, Alter, heutige Pädophile aufdecken. Es ist einfach so. Ja, ja, ja. So darf man aber nicht. Ohne Witz wäre echt gut. Vor allen Dingen, sag ich jetzt mal, du wohnst hier, wer weiß, ob dein Nachbar Pädophil ist. Wenn ich komme, weißt du das, ja? Ja, aber wenn ich das jetzt so mache, wie ich das jetzt betreibe, jetzt mach ich das nur so, dass ich die anzeige und das war's dann. Aber wem hab ich jetzt damit geholfen? Du, Bruder, bestimmt schon ein paar Leuten vielleicht. Ja, Allgemeinheit. Ja, natürlich, aber wenn ich, also ich hab mir gedacht, so wenn ich dein Umfeld warne, hab ich wenigstens dem Nachbarkind geholfen. So, ich bin jetzt zum Beispiel in den Geldern gewesen, da war gegenüber ein Spielplatz, da waren Einfamilienhäuser, sehr schöne Gegend. Ja. Und da hab ich mir gedacht, so jetzt hab ich wenigstens dem Vater da gegenüber, der hat ein Planschbecken gehabt, der Pädophilie konnte von oben in den Garten gucken. So hab ich wenigstens dem Vater gesagt, dass da gegenüber ein Pädophilie wohnt, ja? Da hatte ich ein gutes Gefühl am Tag. Hat der das auch so akzeptiert oder hat der das ein bisschen? Ja, natürlich, die haben sich alle bedankt, so gar keine Frage, so ne, aber das Problem ist einfach wirklich, so mit dieser Anzeige alleine, da fühlt man sich auch nicht wohl. Ich geh zur Polizei, ich geb den USB-Stick ab, der bearbeitet das, ich bekomm so ein Blatt und derjenige arbeitet immer noch im Kindergarten oder so, weißt du? Ja, ja, ja. Das ist das Problem. Wahnsinn, Alter. Ja, ist ein Teufelskreis, ne? Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, nehmen wir mal an, du schlägst den Typen einfach behindert, sodass der nie wieder was machen kann. Dann bist du auch am Arsch. Das machst du zweimal. Wie lange sitzt du dann ab, ne? Ein paar Jahre, so. Und die paar Jahre kommen alle wieder davon. Und das Schlimme, dann kommen die noch mit Vorurteilen, sagen, guck mal, der ist tätowiert, gewalttätig, haut irgendwelche Pädophile, wie die Krankheit haben, haut der die weg. Weißt du, als würde ich einen hilflosen Mann schlagen, so. Was für ein hilflosen Mann. Mann, der vergeht sich einen hilflosen Kindern, Alter. Der geschlachtet Mann. Ich verstehe jetzt wirklich nicht, so, ich rede ja auch oft mit der Polizei, so, warum soll ich ein Blatt vor den Mund nehmen? Das ist meine Meinung. Die können mich nicht für meine Meinung bestrafen. Und ich verstehe es nicht, Mann, wie man so, dann lieber kein Bulle sein. Wenn du ein Bulle bist und dann einen Pädophilen die Hand halten musst, genau wie ein Bewährungshelfer, mein Bewährungshelfer, ja, der weiß, was ich mache. Und der ist, der besagt, ja, ich betreue 80 Prozent Sexualstraftäter. Boah. Was? Ja, so, ich könnte das nicht, so. Ich sag, so, wie kannst du, wie kannst du Sexualstraftäter begleiten? So, der lügt dir hier ins Gesicht und vergeht sich weiter an irgendwelchen Kindern, so. Wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Ja, das sind die leichten, die leichten Klienten, die ich habe, so, die einfachsten Klienten, weißt du? Ja, aber ich verstehe nicht so, wie man damit sein Geld verdienen kann, so, weißt du, wie ich meine? So gewissenhaft, so. Das ist moralisch für mich nicht vertretbar. Und deswegen könnte ich auch kein Bulle sein, Alter, deswegen habe ich auch keine Sympathie für Bullen. Ja. Weil der Bulle, der arbeitet erst auf Papier. Aber das Kind wird weiter, weißt du, wie ich meine? So einmal haben die wirklich, die machen ja, sobald du eine Anzeige bekommst und du hast ein Kind in deinem Hausleben, und gehen die hin und schreiben dem Jugendamt, das nennt sich 21er, und warnen dem Jugendamt, dass der halt den Anschein macht, dass der pädophil ist, ja? Aber, Alter, diese Typen haben fast alle Kinder, Mann. Scheiße. Und ich sehe auch voll oft WhatsApp-Bilder und dann frage ich noch, ist das dein Kind und so. Und die erzählen, Alter, ne? Scheiße, Alter. Weißt du, was ich meine? Die haben alle eigene Kinder. Und wenn ich da geklingelt habe, so, auch in Duisburg und so, ich bin da klingeln gegangen mit noch anderen Leuten und dann hat er die Tür aufgemacht und ich sehe das Kind da sitzen, ne? Scheiße, Alter. Oh, krass. Dann habe ich auch, natürlich, ich werde aggressiv, sogar keine Frage, so. Man wird aggressiv. Du kannst mir nicht sagen, das ist menschlich. Du denkst dir so, Junge, Alter, der macht die Türe auf und du siehst diesen Typen, der dir noch gestern Abend seinen Schwanz geschickt hat, so, siehst du vor dir. Und du denkst dir, am nächsten will ich dich jetzt hier schlachten, ja? Wahnsinn, ne? Die haben sogar einfach noch Kinder, ne? Deswegen, so, eigentlich müsste jeder... Ja, die Kinder können einem nur leid tun, ne? Ja, natürlich. Eigentlich müsste jeder, der irgendwas dagegen sagt, müsste einfach mal einen Tag mitkommen. Weißt du, wie ich meine? Geh den besuchen. Weil die Leute, die können das gar nicht so, die haben das nicht vor Augen, so wie Nick Heinz zum Beispiel, ja? Ja, der ist der beste Beweis. So, die gucken sich irgendwelche Streamer, irgendwelche Twitcher, irgendwelche YouTuber an und sehen das aber von Distanz. Die sehen nur, was die sehen sollen. Weißt du, wie ich meine? Und so ist das bei den Nick Heinz auch, ist meiner Meinung. Die Leute bekommen nur das zu sehen, was er will. Aber ich habe Videos gemacht mit meinem Handy, Alter, auf der Straße, vom Aussteigen meines Autos bis zur Fresse des Pedos. Verstehst? Ja. Ich habe nichts weggeschnitten, alles so gelassen. Der eine sagt dann, ja, wieso hast du die nicht geschlagen? Der andere kommt, wieso warst du so nett zu denen? Der andere kommt. Dann denke ich mir so, du Missgeburt, Alter. Geh doch selber dahin. Du sitzt zu Hause vor deinem verfickten Rechner, hast große Fresse, so Tastenrambo-mäßig, schreibst mir irgendwas. Dann geh doch selber los, kostet doch nichts. Ich mache das ja auch. Krass. So weißt du, wie ich meine? Aber was bringt das so? Ich würde die auch schlachten, aber was bringt das? Wie gesagt, ich hau zwei Stück weg. Morgen kommt SCK zu mir nach Hause. Ich habe schon eine Gefährderansprache, weißt du? Die sagen, guck mal, Junge, der tätowierte, kriminelle, vorbestrafte, schlägt hier irgendwelche Pedos zusammen. Die Bullen, die kommen zu mir, die freuen sich über mich. Die denken sich, wir hauen den weg. Die würden sich einen wichsen darauf, dass sie mich verprügeln können. Ehrlich. Diese Soko-Alter, klar, die freuen sich. Das sind alles junge Kerle, Mann. 20, 26, 28. Die haben noch Energie, Mann. Die freuen sich, wenn die nicht boxen dürfen. Für die passiert doch nichts. Ja. Die werden dafür bezahlt, Mann. Was würdest du sagen, was man dagegen machen kann? Was das Beste wäre, irgendwie so gesetzmäßig? Ja, jetzt gibt es ja ein neues Gesetz. Das habe ich ja eben auch erzählt. Es gibt jetzt ein Gesetz, 176 heißt es, glaube ich, dass schon der Versuch oder die Planung strafbar ist. Wenn ich dir jetzt schreibe, du bist zwölf und ich will morgen mit dir mich treffen, ist das schon verboten. Das ist richtig, weil es war ja auch immer schon so, dass wenn du dich mit jemandem treffen wolltest für eine Drogenübergabe, dann bist du auch schon strafbar, wenn du dich mit denen triffst, also treffen möchtest. Wenn du schon planst. Richtig, genau. Wenn ich dir sage, ich bring dir ein Kilo und die Polizei erwischt mich jetzt und findet mein Telefon, dann sagen die, ja, ein Kilo verkauft. Ob ich dir jetzt die letzten Endes gegeben habe oder nicht, ist außer der Frage. Das ist ja die Verabredung einer Straftat. Richtig. Und so wie wir das eben, also er hat mir das schon mal erklärt und das ist erst seit dem 1.1. dieses Jahr so. Davor war es so, selbst wenn du einem Kind jetzt sowas geschrieben hast, dann hat der Typ ja nichts gemacht in dem Moment. Ach krass, das wird feingelassen einfach. Aber jetzt, seit diesem Jahr ist das eine Verabredung einer Straftat so. Die haben dem zum Beispiel tierisch in die Karten gespielt. Wenn er jetzt mit einer Sprachnachricht, einem Bild und einem Chatverlauf ankommt, mit der Anzeige, geht es aber wahrscheinlich durch, weißt du? Deswegen, ich habe zu Hause viele Briefe, ich habe echt viele Briefe, wo drin steht, dass es feingelassen worden ist, aber da trage ich mich jetzt mal wirklich. Dann sagen die, ja, dann sagen die, ja, es gibt auch, das Problem ist, wenn du einen miesen Sachbearbeiter hast, ja, der kennt sich nicht damit aus, mit Sexualdelikte, ne. Der sagt, ja, ist doch keine Straftat. Der kennt vielleicht das neue Gesetz nicht und schickt dir einen Brief, ist feingelassen worden, ne. Und der sagt, ja, der wollte sich doch nur treffen, der hat doch gar nichts gemacht. Das gibt es auch. Ich habe zu Hause echt viele Briefe, so, ne. Auch noch dieses Jahr. Ja, auch noch dieses Jahr. Ja, okay, dann hat es doch nicht so viel gebracht, wie ich gerade so. Das ist krass, ne. Das ist hart, ja. Ja, aber was kann man dagegen machen? Ich weiß auch nicht so was. Aber meistens dauert das mit den Anzeigen auch sechs bis acht Monate, bis sie bearbeitet werden, ne. Ich habe erst gedacht, das dauert nicht mehr lange oder so. Manchmal habe ich Leute angezeigt und ich dachte mir, Alter, wo ist das überhaupt, ne. So, dann hier das zum Beispiel, und das habe ich jetzt vor, weiß ich nicht, wann ich das bekommen habe, vor zwei Wochen. Und diesen Typen habe ich angezeigt vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr. Ja, da siehst du immer, das ist das Demotivierende, weißt du? Du denkst dir so, guck mal, du sitzt Tag ein, Tag aus, sitzt zu Hause mit deinem Handy. Ich schreibe den ganzen Tag mit Männern, Alter. Weißt du, was ich meine, Digga? Ey, ich sitze zu Hause, Alter. So, es ist lustig, ja, es ist lustig. Ich schreibe den ganzen Tag zu Hause mit Männern und denke mir so, you bastard. Manchmal schäbt man sich, ein Mann zu sein. So, weiß ich nicht. Ich bin weder der Typ, der sich an irgendwelchen normalen Pornos aufgelden könnte oder an Bildern, ja. Aber diese Männer, die haben irgendwie so ein Fetisch, Alter, die wollen immer Videos, Bilder, Videos, Bilder, Videos, Bilder, Audio-Nachrichten, Video-Anruf, ja. Und schicken dir, ich weiß nicht, was hast du davon, Alter, wenn du jemandem deinen Schwanz schickst oder Wichs-Videos schickst, Alter? Das ist doch eine Enthauptung an dich selber, ja. Weißt du, wie ich das meine? Du enthauptest dich selber und dann noch einem Kind, Alter. Und das Schlimme ist, die haben selber Kinder, so. Da muss man erst mal denken, was geht in ihren Köpfen vor? Was ist denn, wenn jetzt mein Schwanz bei seiner Tochter landet, so? Wird der das feiern? Wird der mir dann schreiben, ich bin auch pädophil? Hast du das schon mal jemand gefragt? Das ist eine gute Frage, ne? Ja, natürlich habe ich das gefragt. So, die sagen aber dann, nee, nee, ja, ja, sie haben recht oder du hast recht. Weißt du, wie ich meine? Da kann man halt doch nicht drauf antworten, weißt du. Ja, eine ehrliche Meinung kriegst du da auch nicht. Natürlich nicht, so. Die sagen ja auch immer, wir suchen uns Hilfe. So, ich sage ja auch dann, so, die sagen ja auch immer, ich würde dich bedrohen, ne? Mit meinem Erscheinungsbild, mit meiner lauten Stimme und so. Aber das ist doch kein Bedrohen. Wenn du dich von mir bedroht fühlst, weil ich mit dir lauter spreche oder dir zu nahe komme, ist das dein Problem. Ja. Aber die haben ja alle Komplexe, die meisten. Das würden ja nicht auf Kinder stehen. Ja, normal. Ja, aber nicht nur das, ne? Also, ich meine so, wenn jetzt jemand sagen würde irgendwie, wie soll ich das genau beschreiben? Du hast ja Beweise dafür. Ja. So, du kommst mit Beweisen an. Aber selbst das fechten die an. Die können ja nichts machen. Da kann man sich ja auch nicht mehr als Opfer darstellen in dem Moment. Da kann man sich nicht mehr als Opfer darstellen, weil, wenn du hörst, selbst wenn du sagst, hey, ich suche mir Hilfe. Du kannst ja Hilfe suchen, wenn du nichts gemacht hast. Dann kann man ja auch dementsprechend argumentieren, aber da sind ja schon zehn Züge vorbeigefahren. Das ist zu spät. Ist doch zu spät, ja. Weil du bist bestimmt nicht der Erste. Ne, natürlich nicht. Ich war auch schon oft, wie gesagt, bei Leuten zu Hause und ich habe da geklingelt. Und dann, die haben nicht aufgemacht. Und dann habe ich zu den Postboten gesagt, da klingel mal bei denen. Und dann kam der runter und haben wir den angelabert, ne? Und der war dann so richtig perplex, so. Da siehst du auch, manchmal sind es auch Junkies oder Alkoholiker, so richtige, die haben nichts zu tun, Mann. Und dann kommt der an die Türe, dann sage ich denen das, dies, das, jenes. Und dann, ja, ich suche mir Hilfe. Ja, ja, ihr habt recht. Ja, ich weiß das. Ich bin schon in Behandlung. Aber du merkst doch schon, dass der schon in Behandlung ist und das weiter betreibt. Da merkst du das schon. Das meine ich. Der ist verloren. Und dann gehst du zur Nachbarin zum Balkon und dann sagst du zu der, hier wohnt ein Pedo. Sagt die, ja, ich weiß. Der hat meine Tochter auch schon auf dem Spielplatz angelabert. Boah. So, weißt du, wie ich meine so? Scheiße, Alter. Das sind dann so Sachen, wo du denkst, Junge, warum wohnt der nicht in meiner Siedlung? Ich würde ihn von, der wird keine Ruhe mehr bekommen in meiner Siedlung. Du würdest ihn jagen. Ja, ich würde ihm jeden Tag sein Leben zur Hölle machen. Ich würde sein Leben zur Hölle machen. Der wird irgendwann ausziehen. Oder sich hoffentlich hängen. Es ist einfach traurig, Alter. Ich kann so lange einfach Frauenbilder an die Tür hängen, bis der daran geil wird, so, weißt du? Ja, es gibt noch so Männer, ja. Es gibt so Typen, die das... Die haben, glaube ich, noch nie eine geile Frau gesehen. Ich verstehe. Guck mal, das ist ja so für so Leute, die keine Frau kriegen, gibt es einen Puff, ja? Die legen einen Puff auf den Tisch, sagen, hier, lutsch meinen Schwanz. Ja? Okay, aber was gibt es für die? Für die gibt es nichts. Die sagen, es gibt Alternativen zu Sex mit Kindern. Das heißt, die vergehen sich an deinem Kind online. Die nehmen das Bild von deiner Tochter auf Facebook. Die nehmen das Bild von deiner Tochter auf Instagram. Die nehmen deine Urlaubsvideos von irgendwelchen Influencern, die badende Kinder präsentieren, von irgendwelchen Hebammen, die Schwangerschaftsgeburten öffentlich zeigen, von nackten Kindern. Ja, gut. So von Bademode, Kinder am Strand, am See. Du dürfst ja nichts mehr machen eigentlich. Du dürfst dein Kind nicht mal mehr in ein Badeoutfit irgendwie am See lassen. Wer weiß, ob da nicht ein Pädo mit seinem Handy liegt und dein Kind aufnimmt. Ja. Und das abends seinen Pädofreunden schickt und sich darauf einwichst. Ja. So weißt du, wie ich meine? Und du hast ja auch eben von diesen Dateien gesprochen. Ja. Genau so kommen die ja im Umlauf so. Ja. Die machen Bilder am Badesee oder sonst wo. Guck mal, was wir immer für Sachen bekommen, so Rundmails, so Sprüche, so Bilder mit Sprüchen. Guck mal, wie viral das geht. Oder irgendwelche Putin-Witze, irgendwelche, weißt du, wie ich meine, so Hitler, was weiß ich so. Genau wie hier mit dem Öl, so eine scheiß Bilder. Aber so viral geht ja auch die Kinder. Die Kinder gehen genauso viral unter Pädos, so, weißt du, wie ich meine? So der eine Pädo schickt das dem anderen, so. Und die tauschen auch Bilder aus, das ist so. Ich habe so oft Chats gelesen, dass die sich gegenseitig Bilder geschickt haben. Oder die waren auch vor mir, ne. Die schicken, wie gesagt, meine Kinderprofile schicken die und sagen, pass auf, das ist ein Pädohunter, ne. Die haben auch Telegram-Gruppen gegen uns oder gegen mich gemacht, wo die sagen, so hier, guck mal, die Gruppe, die Expose oder die Gruppe, die Jagdpädos, so, weißt du, wie ich meine? Accounts wurden auch schon gesperrt deshalb, oder? Ja, genau, ja. Instagram-Accounts, wir haben 12, 13, 14 Instagram-Accounts gemacht. Das lohnt sich nicht. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt, ich habe nicht viel, ich habe 4000 Follower. 4000 habe ich nur, ne. Und ich kriege immer diesen Shadow-Band, kennst du das? Ja. Dann können nur 100 Leute meine Story gucken. Ja, ja. Oder meine ganzen, jetzt seitdem das Meta, glaube ich, heißt, seitdem Meta das gekauft hat, ich hatte 5000 noch was Follower gehabt. Jetzt, jeden Tag sind mindestens 15, 20 weniger. Leute schreiben mich an, wieso hast du mich gelöscht? Habe ich nicht gelöscht. So Instagram fickt mich einfach, weißt du, meine Reichweite. Weil sich so viele Leute beschweren. Ja, weil ich auch negativen, ich habe nur negativen Content, so für die. Ich bin weder einer, der eine Dose Red Bull verkauft. Ich bin weder einer, der Smile Secret macht mit Hello Kitty 10%. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich will nicht gesehen werden. Die Leute wollen das nicht. Ich verkaufe keine Sonnencreme, keine Dildos, so weißt du, wie ich meine? Das ist das Problem. Hart. Eigentlich ist das das, was jeden betrifft. So Kind. War jeder Kind, hat jeder, fast jeder. Ja, ich hatte so eine Red Bull-Dose zu vermarkten. So, weißt du, das wird gefeiert. Und deswegen so, mein Instagram-Account ist richtig gefickt. Ich habe schon den zweiten aufgemacht. Wie oft haben die mich sperren lassen. Aber ich komme immer wieder zurück, weil ich habe eine Methode, dass ich immer wieder entbahnt werde. Ist aber hart, ne? Du sprichst echt ein Thema an, was eigentlich jeden. Das geht auch relativ schnell auch bei Instagram, ne? Deswegen, ich sage dir Telegram. Wenn du was machen willst und du hast Reichweite bei Instagram. Ich habe auch schon sehr viele, ich muss schon sagen, Kianos und so. Ich habe sehr viele Rapper auch mit denen Kontakt und die haben gesagt, die würden mal gerne mitgehen. Aber ihr Management will das nicht, dass die das posten, verstehst? Das wird nicht gerne gesehen. Das wird nicht gesehen. Die wollen es nicht so. Genau wie, weiß ich nicht, irgendwelche Sänger, die haben selber ein Kind. Und das Problem sind nicht diese Menschen. Das Problem ist ihr Management. Die sagen, du kannst doch nicht das posten, Alter. Guck doch mal. Wir haben keine Kooperation mehr. Das geht nicht mehr so. Weißt du, was ich meine? Das ist das Problem. Wo sind die Visionäre? Das riecht alles so krass nach Verschwörung. Guck mal, die sagen alle so, die zeigen alles. Alle zeigen sich so Sängermäßig und Rapper, wir lieben Kinder und so. Weißt du so? Bekannte Sänger. Da denke ich mir doch, Junge, bitte, mach doch mal ein Statement. Der Manuel hat schon mal ein bisschen was gemacht. Hast du schon mal gesehen, dieses Video da? Ja, ja. Der hat auch extra vorsichtig vorgegangen. Ja, das ist das. Der hat auch nicht laut geäußert. Jeder wusste, worum es sich geht. Aber der hat irgendwie andere Namen benutzt. Das war echt geil. Ich klasse dich jetzt gleich. Der rennt da so weg, sich so kommt. Es gibt Leute, die so ein bisschen gezeigt haben. Ja, der Cashmore hat auch so ein bisschen gezeigt. Und es gibt schon Leute, die haben den Mund aufgemacht. Aber jetzt nicht lange und nicht, weißt du, wie ich meine? Kontinuierlich, ja. Es gibt nicht viele bei Instagram, die das wirklich machen. Und die, die das machen, die werden, wie gesagt, eingeschränkt, gebannt. Und, ähm, naja, geht nicht, man. Deswegen musst du alle zu Telegram holen. Du musst eigentlich einen riesen Account haben mit Smile Secrets und Co. Und dann musst du die alle in Telegram reinziehen, die Leute. Und dann musst du das da reinfeuern, Alter, alles. Ja. Und wie geht's weiter? Was sind deine Ziele diesbezüglich? Also aufhören wirst du, denke ich, niemals. Nee, aufhören auf jeden Fall nicht. Aber wie kann's größer werden? Ja, dieses größer werden. Bist du ja jetzt nur ein Mann-Armee, ne? Ja, aber wir waren, wie gesagt, wir hatten, wir waren eine Gruppe gewesen. Wir hatten in Telegram-Gruppen verschiedene Gruppen in jedem Bundesland. Wir waren echt viele Leute. Aber das Problem ist, ähm, ja, die Sicherheit der Leute. Wie ich dir gesagt habe, dass irgendwelche Frauen, äh, exposed wurden und so. Du kannst eigentlich nicht größer werden. Stimmt, ja. Weil umso größer du wirst, umso angreifbarer bist du. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und ich weiß, wenn ich alleine schlafen gehe, wenn man mich trifft, dann trifft man mich. Und nicht meine Mutter, nicht meine Cousine, nicht meine Frau, nicht mein Kind, nicht mein Onkel, nicht meine Tante. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile auch eigentlich froh, dass ich das alleine mache. Ich weiß bei der Polizei, was ich sage. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und ich weiß, was mich erwartet. Das ist wie bei einem Raubüberfall. Gehst du mit drei Leuten, kannst du nachts nicht schlafen, weil die anderen zwei singen, Alter. Weißt du, wie ich meine? Ja, stimmt, ja. Und so gehe ich alleine. Und ich weiß, wenn jemand zu mir kommt, dann muss ich kein schlechtes Gewissen gegenüber dir haben. Weil ich habe nur mir geschadet dann. Und siehst du ja, was kommt. Abfall. Ja. Ja, so sehe ich das. Deswegen. Bruder, also ich muss auch sagen, ich weiß auch gar nicht, was man dagegen machen kann. So, weißt du. Also wie man das nächste Mal irgendwie so ein bisschen... Ich meine, wir haben da eh keinen Einfluss drauf, du weißt du. Aber vielleicht so eine kleine Idee so. Hast du eine Idee, was man dagegen machen könnte? So, was wenn... Nee, das Ding ist, ich zerbreche mir die ganze Zeit den Kopf, muss ich ehrlich zugeben. Was wäre eine Möglichkeit so? Er sagt zum Beispiel, wenn man das jetzt an die Polizei weitergibt, manchmal landet das bei einem Sachbearbeiter, der davon keine Ahnung hat. Die Ermittlungen werden eingestellt. Ja. Du hast eben auch kurz gesagt, da gibt es schon eine spezielle Abteilung für. Ja. Aber wir haben jetzt, also Krefelder, das ist auch in Google drin, die Stadt Krefeld hat jetzt eine Soko gemacht. So eine Sonderkommission heißt das, so eine Ermittlungsgruppe. Wegen jetzt uns als Gruppe und wegen mir, dass ich die immer gefüttert habe. Ich habe, wie gesagt, über 100 Anzeigen gebracht. Jetzt gibt es eine Soko. So, jetzt haben die in Welle Niederrhein, den Radiosender, haben das angesprochen und so. Das ist schon ein bisschen viral gegangen, aber trotzdem immer noch leider so, dass es nicht komplett rausgesprungen ist. Weißt du, wie ich meine? Weil die Leute das halt, wie gesagt, die verbreiten das nicht. So, es wissen schon viele Leute davon. Aber ich denke, genau so geht es weiter. Man befindet sich auf einem guten Weg. Ich meine, du hast das zum größten Teil alleine gemacht. Okay, auch mit anderen. Es wird eine Sonderkommission gegründet. Aber leider nur in Krefeld so. Eigentlich bräuchte das jede Stadt. Aber ich denke mir, umso länger man weitermacht, umso länger der Atem bleibt, sage ich einfach mal, umso mehr kann man diesbezüglich auch erreichen. Und ich denke, das sollte die Hoffnung sein, mit der wir aus diesem Gespräch hier rausgehen. Kleine Menschen können auch viel bewirken. Also in der Masse ist man nichts. Aber man ist nicht gerade schwach, wenn man jetzt schon sieht, was du erreicht hast. 146 Anzeigen in einem Jahr und eine Sonderkommission der Polizei. Aber siehst du ja, jetzt haben die mich auch als Pädophil abgestempelt. Damit muss man auf jeden Fall rechnen. Weil er das erst mal hat, dass es das Wort hat. Genau, genau. Deswegen, mittlerweile jetzt habe ich den Status, dass sie mich da anerkennen. So, weißt du? So, wenn ich jetzt da hinkomme, ist das wie, wenn ich mit euch hier sitze. Der gibt mir einen Kaffee, ich dampfe da drinnen in seinem Büro. Weißt du, der nennt mich mit Vornamen so. Wir sind so per WhatsApp. Der ist richtig korrekt zu mir. So, muss ich echt sagen. Der ist ein guter Typ. Aber trotzdem muss der ja auch seine Linie bewahren. Und der kann ja nicht alles da unter den Tisch fallen lassen. Ja. Das ist das Problem. Deswegen. Die Mittel zum Zweck, ne? Sehr tiefes Thema. War sehr tiefes Thema. Sehr, sehr hartes Thema auf jeden Fall, ne? Also, es gibt nicht viele Sachen, die mich so sprachlos gemacht haben, wie das jetzt. Weil wir auch, wenn wir auch wirklich. Mir fällt gar nichts. Also, man weiß gar nicht, was man sagen soll oft, ne? Man hört gespannt zu und denkt sich, krass, aber wie kann das so sein? Ja, das wird doch kein Ende nehmen, ne? Auch, dass das so ein organisiertes Verbrechen ist. Weißt du, es gibt eine Organmafia und es gibt eine Mafia dafür. Die sind international miteinander verknüpft, weißt du? Wenn du das googelst, das ist die größte Mafia, Alter. Kinderhandel, ne? Organhandel, Kinderhandel, Alter. Die ganzen Kindermann. So, ich habe letztens noch bei der Polizei gehört, so, es gab eine Schule mit Immigrationshintergrundkindern. Da sind irgendwelche Typen, die haben den Kindern Pausenbrote gegeben, Alter. Für Blowjobs, Alter. Der Bulle hat zu mir gesagt, der muss jetzt gleich dahin. Der sagt so, da wurde einem zwölfjährigen Mädchen beigebracht. Mach alles, was die Männer wollen, von Eltern schon so. Dann kriegst du auch das, was du willst, ne? Tschüss. Weißt du, wie ich meine? Krass. Und das ist das so. Wenn du mal guckst, diese ganzen Länder, Alter, die sind Armutsgrenze, verstehst? Die kommen nach Deutschland, so. So nichts gegen irgendwelche Ausländer oder so. Aber weißt du, was ich meine, so? Die denken sich, Deutschland ist ein gutes Land und die sind blauäugig. Und kommen hier in den falschen Kreisen oder machen hier irgendwelche falschen Dinge, ne? Ja gut, die haben auch selbst Angst, wollen akzeptiert werden und wollen sich so gut wie möglich einfügen. Und die sind dann halt ein gefundenes Fressen für solche Menschen. Natürlich, ja. So traurig das ist. Manche Frauen geben ihre Kinder freiwillig ab. Weißt du, was ich meine? Oder bieten sie an so. Guck mal, wenn irgendwelche Männer schon schaffen, Frauen dazu zu drängen oder zu bewegen, sich anzubieten, dann machen die auch nicht halt, ihre Kinder anzubieten. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Deswegen, das ist, das wird niemals aufhören. Solange es Konsumenten gibt, genau wie mit Drogen. Solange es Konsumenten gibt, gibt es Stoff. Solange es Konsumenten gibt, wird es Pädophile geben. Und Menschen und Kinder gibt es immer. Also wird es niemals aufhören. Also ich finde, jeder, der da irgendwie mal ein ganzes bisschen, jeder, der da irgendwie mal angezeigt worden ist, soll eigentlich echt komplett weggesperrt werden. Für immer. Eigentlich schon. Muss ich sagen, meiner Meinung nach. Ich finde, komplett weggesperrt für immer, für immer und ewig in einen Raum, weißt du? Für immer. Weißt du? Guck mal, jetzt letztens habe ich gehört, in Essen war ein Lehrer gewesen. Der hat irgendwie was mit den Schülerinnen gehabt. Und erst irgendwann später wurde der suspendiert. Und dann hat der noch dagegen geklagt und hat gesagt, ja, ich bin da jetzt in Behandlung gewesen. Ich möchte weiter hier an der Schule arbeiten. Da denke ich mir so, Junge. Alter, was? Bruder, da muss man lachen. Da denke ich mir so, Junge, hast du einen Realitätsverlust? Genau wie Kindergärtner oder so. Das ist ja das Schlimme, Alter. Du bist Kindergärtner oder so. Bruder, wenn da jemand sowas hat, ach du Scheiße. Ja, aber gibt es alles. Das ist ja das Schlimme. Wir hatten jemanden, wie gesagt, bei der Feuerwehr 2 sogar. Wir haben die Feuerwehr kontaktiert, die haben den rausgeschmissen, ja. Aber was bringt das, Mann? Bruder, das ist doch schon mal einen Riesenfortschritt, wenn er seinen Job verloren hat. Ja, aber die kriegen leider immer neue Jobs. Ja, aber es sind schon kleine Erfolge. Guck mal, aber das Schlimme ist, uns würden die nicht nehmen, weil wir tätowiert sind. Ja? Der Pädophile ist aber clean, sag ich mal so. Und die würden ihn einstellen. Ja, der passt in den Kindergarten. Der ist ja nicht tätowiert. Aber, weißt du, ist pädophil. Und uns, guck mal, die sind tätowiert, die können wir nicht hinsetzen. Schlechte Menschen so. Kriminell. Geht nicht. Deswegen, sowas. Naja, das ist so. Deswegen beurteile ein Buch nie nach seinem Cover, so, weißt du? Ja, ja. Deswegen. Ey, Freunde. Ich muss sagen, es war eine sehr, sehr heftige Folge. War sehr hilfreich. Also, man hat sehr viel erfahren, so mäßig. Also, hatte ich auch noch nie gehabt, so jemand, der echt professionell jedes Mal Piedos jagt. Und wirklich, ich war auch teilweise echt ein paar Mal sehr sprachlos gewesen. Ich auch. Weil das ist schon ein wildes Thema gewesen. Das ist schon echt sehr, sehr wild. Keine Ahnung, vielleicht konnte irgendjemand da draußen irgendwas dadurch mitnehmen. Vielleicht irgendwie, dass man vielleicht in Zukunft mal ein bisschen besser aufpasst. Aber das ist auch schwer. Ja, also, was meinst du, worauf kann man auch passen, mäßig? Gibt es da irgendwas, irgendwie bei seinem Nachbarn im Auge behalten oder so, wer da rein und raus geht? Aber eigentlich kann man da nichts machen. Ja, eigentlich gar nicht. Nur seine Kinder. Seine Kinder sollt man aufschlären, ja. Vielleicht hört ich jetzt hart an. Eigentlich solltest du deinen Kindern das nahe bringen. Du solltest deinen Kindern immer im Gespräch sein, so. Deinen Kindern sagen, wenn irgendwas ist, komm zu mir, dass sie das frühzeitig sagen, dass der Kindergärtner komisch wurde, dass der Sportlehrer komisch wurde. Oder so, weißt du, wie ich meine? Anders hast du keine Chance, weil meistens ... Steigt bei keinem Auto ein. Ja. Das habe ich immer beigebracht bekommen. Ja, ja. Weil meistens ist das schon ... Auch wenn die Süßigkeiten gehen wollen, ich steig da niemals ein. Das Kind kommt nach Hause, du denkst dir so, warum redet das ein, zwei Wochen gar nicht? Isst nicht, versteckt sich nur, geht's ... Aber heutzutage sind die Eltern sowieso die meisten froh, wenn das Kind nur zocken geht und die Ruhe haben. Das ist das Schlimme. Und auch in Fortnite, in irgendwelchen Online-Games, Alter, weißt du, wie viele Typen sagen, komm, ich hol dir ein paar Pay-Safe-Karten und so, Alter, gib mal ein paar Bilder. Oder hier, wie heißt dieses Roblox oder so, ist irgendwie so ein Game? Da ist das genauso, Mann. Ach du Scheiße, Alter. Weißt du? Aber man kann auch nichts machen, ne? Nee. So eine Petition oder so bringt im Endeffekt auch gar nichts. Riecht gar nichts, ne? Ich habe versucht, gerade irgendwas Positives noch rauszuholen, aber ging irgendwie nicht so. Naja, aber eine Sache muss ich noch mal sagen, diese kleinen Erfolge, ne, die solltest du auf jeden Fall zu schätzen wissen. Ja, safe, safe. Das bringt dich dazu, dass du immer weitermachst. Ja, ja. Du machst eine Sache, die ist so gut, dass man die nicht beschreiben kann. Und ich habe den größten Respekt vor dir, so. Das sind... Ich glaube, ich auch. Das ist sehr, sehr stark. Das ist sehr gut. Viele Menschen machen in einem ganzen Leben nicht so viel Gutes wie du an einem Tag, weißt du? So, wenn man es so betrachtet. Und du rettest Menschenleben am Ende des Tages. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, safe, safe. Ich kann nur sagen, vielen Dank. Vielen Dank für das offene Gespräch. Ja, safe, danke. Es hat uns sehr gefreut, dass du hier warst. Ich fand die Kombination halt auch geil, ne? Du bist halt so eine Erscheinung so, weißt du? Und dann erzählst du einfach, wie du Pädophile jagst. Manche Leute hätten sich gedacht, ja, mal gucken, welches Thema jetzt kommt, wenn ihr nur das Bild sieht. Damit hätte der nicht gerechnet, weißt du? Nee, aber echt, Wahnsinn, was du tust. Und Hut ab, du hast meinen größten Respekt davor und danke, dass du hier warst. Gerne. Ja, safe. Ja, Freunde. Ah, und diesmal, wichtig, abonnieren. Ja, müssen wir jetzt immer wieder jedes Mal sagen. Weil im letzten Video sind schon mehr geworden, nachdem wir das gesagt haben. Aber Freunde, sehr, sehr wichtig, wenn euch das gefallen hat, drückt auf Abonnieren und die Glocke auch aktivieren. Sehr, sehr wichtig. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Passt auf euch auf, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Outbacking. Ciao, ciao, ciao.